Yeah, yeah, yeah! Ich bin Robert, ich bin 26 Jahre alt und ich bin, glaube ich, mal der größte YouTube-Fan der kompletten Welt. Vor zwei Jahren habe ich angefangen, mich in dieses Medium reinzuwerfen, mittlerweile über 750 Videos gedreht, die insgesamt 1,5 Millionen Videoaufrufe erzielt haben. YouTube ist mein absolutes Baby. Keine andere Plattform, auf der ich mit meinem Business vertreten bin, macht mir so einen Spaß. Und mein Ziel mit diesem Kurs ist es, dich in die Lage zu versetzen, ebenfalls mit der YouTube-Plattform deine Message mit der Welt zu teilen. In diesem Kurs stecken über 20 Stunden Videomaterial, über 170 einzelne Videolektionen. Alles, was ich im Laufe der Zeit gelernt habe, ist einmal komplett durch den Trichter gegossen worden und wartet in diesem Kurs auf dich. Konkret, wir fangen an mit dem richtigen Mindset, mit den Prinzipien aus der YouTube-Welt. Was sollte man mitbringen, um da einfach erfolgreich reinzustarten? Als nächstes geht es darum, wie rieche ich meinen Kanal ein, welches Equipment brauche ich, wie drehe ich gute Videos, welche Content-Strategien sind sinnvoll, wie erreiche ich Leute, wenn mich noch niemand kennt, wie starte ich Kooperationen, wie baue ich eine Community auf, das A und O. Und letztendlich gibt es natürlich auch einen Ausblick, wie verdiene ich mit meinem YouTube-Kanal Geld. Aber, ganz wichtig, in diesem Kurs geht es nicht darum, mit YouTube reich zu werden, sondern dieser Kurs zählt ganz klar auf die ersten 1.000 Abonnenten. Aber also, wenn du jetzt noch am Anfang stehst oder schon deine ersten Gehversuche in der YouTube-Welt gemacht hast, aber es noch nicht so richtig läuft, dann bist du in diesem Kurs richtig, wenn du schon bei 10.000 Abonnenten stehst und jetzt das große Geld machen willst, bist du in diesem Kurs nicht richtig. Also, es geht um den Start und am Start macht es keinen Sinn, sich mit dem Thema Kohle zu beschäftigen. Aber, so im Hinterkopf zu haben, wie man letztendlich damit Geld verdienen könnte, ist natürlich auch interessant, erhöht die Motivation. Deswegen geht es in diesem Kurs ebenfalls in einem eigenen Modul um das Thema Monetarisierung. So, anschließend habe ich den 13-Punkte-Action-Plan für dich, für deinen YouTube-Kanal, was konkret nacheinander die einzelnen Steps sind, wie du ins Handeln kommst. Das ist wirklich echt ein fettes Ding, was ich jetzt gerade frisch gebaut habe, was ich sehr, 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 sehr freue, mich mit dir in diesem Kurs teilen zu dürfen. Und es gibt noch eine fette Ladung Interviews mit weiteren erfolgreichen YouTubern. Wir haben Andrea Morgenstern dabei, Delicious Journey, Semper Veganes, Life of Sandy and Benny und so weiter und so fort. YouTuber, die alle zusammen nähere 100.000 Abonnenten am Start haben und super erfolgreich dabei sind. Und ihr wissen ebenfalls in diesem Kurs mit dir teilen. Und wenn du sagst, das klingt geil, ich habe da Bock dabei zu sein, Anmeldung ist für drei Tage geöffnet. Vom Samstag, den 30. Juli bis zum Montag und Mitternacht, den 1. August, hast du die Möglichkeit dabei zu sein. Kostenpunkt 30 Euro pro Monat, Kurs ist für ein Jahr ausgelegt, also quasi 12 mal 30 Euro. Was bekommst du dafür? Den kompletten Input. Alles, was ich im Laufe der Zeit gelernt habe und noch viel, 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 viel mehr, siehe Interviews mit den anderen YouTubern. Wäre mir ein fettes Ding, dich dabei zu haben. Wie gesagt, Anmeldung ist nur für drei Tage geöffnet. Wenn du unsicher bist, scroll gerne hier auf der Page ein bisschen runter, gibt es Testimonials von weiteren Kursmitgliedern, die ihre Meinung über den Kurs raus haben. Wir haben jetzt mittlerweile schon über 130 Leute dabei, die fleißigst mit dem Material arbeiten. Außerdem, ganz entspannt, gibt es natürlich eine Geld-zurück-Garantie. 30 Tage, wenn du merkst, passt nichts, schreibst du mir eine Mail, überhaupt kein Problem. Ohne Nachbohrnervige Fragen erstatte ich dir natürlich sofort deine ersten 30 Euro zurück und du bist raus aus der ganzen Geschichte. Alles easy. Ebenfalls gibt es hier noch Vorschau-Lektionen. Einige Lektionen in diesem Kurs kann man kostenlos previewen. Also check da gerne mal vorbei, dann siehst du, wie das Ganze so aufgebaut ist. Ebenfalls möchte ich dich als Kursmitglied herzlichst einlagen, Mitglied in unserer Mastermind-Gruppe zu werden. Denn ich weiß, hey, der ganze Input ist wichtig, der ganze Input ist geil, es macht Sinn, das alles zu lernen. Aber der persönliche Kontakt, die Möglichkeit, Fragen zu stellen, ist echt enorm wichtig. Deswegen haben wir eine geile Mastermind-Gruppe. Da sind viele coole und sehr, 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 sehr ambitionierte Entrepreneure am Start, die darauf warten, sich mit dir auszutauschen. Wir haben ein fettes Ding, dich da einzuladen. Und einmal im Monat haben wir ein Mastermind-Hangout, wo ich ebenfalls fetten, exklusiven Content vorbereite, den es sonst nirgendwo gibt, rund um YouTube und rund um weitere Pfeiler des Unternehmertums. Und du kannst auch da deine Fragen raushauen. Also, ich stehe dir mit meiner kompletten Expertise zur Verfügung. Wir haben ein fettes Ding, dich da dabei zu haben. Wenn du noch Fragen hast, geh einmal runterscrollen. Da gibt es noch ausführliche Q&A-Section. Da gibt es noch alle weiteren Fragen, die beantwortet werden und so weiter. Wenn du das Video gerade bei YouTube guckst, natürlich unten in den Link reinklicken. Und dann kommst du zur Kurspage und da findest du dann die weiteren Infos. Ansonsten, hallo-edrobert-gladitz.de, schreib mir eine Mail, können wir mit Sicherheit aus der Welt schaffen. Wie gesagt, die Anmeldung für diese Klasse läuft nur vom Samstag, den 30. Juli bis zum Montag. Den 1. August. Drei Tage ist die Möglichkeit dabei zu sein. Dann wird der Kurs erstmal wieder geschlossen. Und mit den bisherigen Mitgliedern rumblen wir dann so richtig los und rocken die YouTube-Welt. That's it. Wie gesagt, hier runterscrollen. Oder wenn du bei YouTube bist, unten in die Videobeschreibung reingehen. Und dort auf den Link klicken. Und dann kommst du auf die Page vom Kurs. Und dann würde ich mich freuen, dich im Kurs begrüßen zu dürfen. Let's do this. タ weren Sie mit mir mit einem男erFöhung Nash employers Schnittst.